Wie man als Jugendlicher bzw. Teenager schnell zu Hause abnehmen kann? Hier sind die 10 besten Abnehm-Tipps für Kinder und Jugendliche. Jugendliche haben eine Menge Energie und können sehr leicht viel Gewicht in einem relativ kurzen Zeitraum verlieren. Obwohl Jugendliche immer von ungesunden Essenentscheidungen umgeben sind, werde ich in diesem Video Informationen zu den folgenden Punkten teilen. Gewichtsverlusternährung Methoden, mit denen Jugendliche schnell abnehmen können Gewichtsverlustideen für Jugendliche und die beste Ernährung zum Abnehmen. Doch bevor ich anfange, ein kleiner Tipp. Unter diesem Video findest du einen Link zur Präsentation, welcher dir zeigt, wie du gesund und einfach bis zu 10 kg reines Fett verlierst. Falls du ernsthaft abnehmen willst, dann empfehle ich dir diese Präsentation unbedingt anzuschauen. Erstens, fangen wir beim Frühstück an. Einige Jugendliche denken, dass das Überspringen des Frühstücks ein schneller Weg ist, um Gewicht zu verlieren. Allerdings wird das Frühstück den Stoffwechsel ankurbeln und eine Übernährung während des Tages verhindern. Wähle eine Mahlzeit, die Eiweiß enthält, für mehr Kraft, wie ein Eiweißomelett mit Mozzarella-Käse, Obst und Milch. Ballaststoffreiche Lebensmittel wie Vollkorn-Toast oder Vollkorn-Brot sind auch gute Optionen. Zweitens, setze dir ein Ziel. Das ist sehr wichtig. Wenn du halbherzige Anstrengungen machst, um Gewicht zu verlieren, wirst du nie erfolgreich sein. Deshalb solltest du eine starke Entschlossenheit haben, um dein Ziel zu erreichen. Drittens, achte darauf, nicht zu viele Softdrinks, Säfte und Sportgetränke zu trinken. Ersetze sie mit Wasser. Du solltest mindestens 8 Gläser Wasser pro Tag trinken. Wasser spült unerwünschte Toxine aus deinem Körper und hält dein Gehirn fit. Es lässt sich den ganzen Tag über hydratisiert. Viertens, versuche viel Obst und Gemüse zu essen, da die meisten Früchte und Gemüsesorten einen hohen Ballaststoff und Nährstoffe gehalt haben und sind zugleich kalorienarm. Das heißt, du wirst schneller satt und weniger essen. Versuche Obst als Snacks oder vor den Mahlzeiten zu essen, um deine Kalorienzufuhr zu senken, ohne Hunger zu haben. Fünftens, erhöhe deinen Stoffwechsel. Esse 4 bis 6 kleine Mahlzeiten alle 2 bis 3 Stunden täglich. Es ist wissenschaftlich bewiesen worden, dass man durch häufiges Essen den natürlichen Stoffwechsel des Körpers ankurbeln kann. Das bedeutet, dass dein Körper mehr Fett verbrennen wird und du den ganzen Tag über zu einer Fettverbrennungsmaschine wirst. Sechstens, Radfahren. Geh raus und steig auf dein Fahrrad, aber denk dran, schnell zu fahren. Du solltest auf einer speziellen Strecke Fahrrad fahren oder auf einem Feldweg in deiner Nachbarschaft. Du kannst so viel wie 500 bis 1000 Kalorien pro Stunde verbrennen. Siebtens, vermeide Fast Food. Ein gelegentlicher Burger mit Pommes ist nicht so schlimm, aber vermeide diese Arten von Lebensmitteln jeden Tag zu essen. Mach daraus ein Vergnügen, dass du dir nur ab und zu bereitest. Achtens, vermeide willkürliche Snacks zu essen, wenn du am Nachmittag hungrig wirst. Halte deine Snacks gesund, indem du Süßigkeiten, Kekse und andere verlockende Süßigkeiten vermeidest. Achte auch auf andere Gründe, die dich zum Naschen antreiben können, wie Langeweile, Müdigkeit oder einfach nur schlechte Laune. Emotionales Essen macht es nur noch schlimmer und wird dir nur Probleme verschaffen. Neuntens, trainiere jeden Tag. Du solltest jeden Tag mindestens eine Stunde trainieren, auch wenn es nur ein langer Spaziergang ist. Wähle Aktivitäten, die du magst. Ein einfacher Weg, um schnell Gewicht zu verlieren und ein guter Weg, um die täglichen körperlichen Aktivitätsanforderungen zu erreichen, ist durch den Beitritt eines schulischen athletischen Teams. Basketball, Tennis, Strecke und andere organisierte Aktivitäten werden bei der Verbrennung von Kalorien und Gewichtsabnahme schnell helfen. Lade deine Freunde ein, um dich auf deiner Reise zur Gewichtsabnahme zu begleiten. Wenn es dir peinlich ist, sie zu bitten, dir dabei zu helfen, frag einfach, ob sie mit dir ins Fitnessstudio gehen wollen. Und verbringe dich deine Tage auf der Couch vor dem Fernseher. Schneller Gewichtsverlust wird nur durch Diät und Bewegung erreicht. Zuletzt solltest du immer motiviert sein und dein Körperfett alle zwei Wochen mit einem Fettmesser messen. Mache alle zwei Wochen Bilder von dir. Vorne, hinten und seitlich. Die Seitenbilder zeigen die meisten Veränderungen. Somit kannst du deine Erfolge und Fortschritte sehen, was deiner Motivation unheimlich gut tut. Und wenn du ernsthaft auf der Suche nach schnellen und natürlichen Gewichtsverlustlösungen bist, empfehle ich dir, auf den Link in der Beschreibung zu klicken. Oder verwende den kurzen Link www.bauchspeck-weck.com Wenn dir dieses Video gefällt, gib uns bitte einen Daumen hoch, abonniere und teile dieses Video mit deinen Facebook- oder Twitter-Freunden. Und wenn es dir nicht gefällt, hinterlass uns einen Kommentar und sage uns, was wir verbessern können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Vielen Dank.